Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Junge, bist du dumm, Leon? Warum verlässt du das Match? Leon! Junge, warum verlässt du das Match? Ich kann doch nur gewinnen. Du wirst jetzt keinen Siegel Plus bekommen, weil du verlassen hast. Ja, okay. Max, bleibst du wenigstens drin, ne? Weil ich kann es noch gewinnen. 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 Scheiße! Sechster Platz, Alter! Ich kann es noch gewinnen. Ich kann es noch gewinnen. was machst du? ja geh doch wie soll ich gehen? hey das stinkt nicht ich hab hier gefurzt das klingt dein W-Lan nicht wie ein Dings der Uf hey Junge was für Dauer zu lang Video ich hab eine Stunde Video hochgeladen und es nix passiert gegen fünf Minuten oder zehn Minuten ist online gewesen man darf niemals füllen was ist Leon? Leon was ist denn? du sagst sei Junge Digga Junge ich sag doch sei ich sag doch ja was ist und dann sagt er halt die Presse hey ich frag dich nicht ja was ist jetzt? ja was ist denn jetzt? ich hab eigentlich eigentlich so wie du es selber gemacht hast also wie man das hat er spielt das geht ja kein W-M-M-Ah Okay, doch wir machen jetzt ein bisschen vorbe... Doch, nervt nicht, Max.